Bevor wir eine saubere Maske nehmen, müssen wir uns vorher erst einmal gründlich die Hände waschen. Natürlich mit Seife, erst die Handinnenflächen, dann die Handaußenflächen und dann zwischen den Fingern. Die Daumen werden gern vergessen, ebenso wie die Fingerspitzen. Und zum Schluss noch die Handgelenke mit viel Wasser abspülen und richtig abtrocknen. Die Maske nur an den Bändern greifen, auf keinen Fall am Stoff. Die oberen Bänder hinten verknoten und darauf achten, dass diese über den Ohren liegen. Den Drahtbügel an den Nasenrücken festdrücken, dann beschlägt auch die Brille nicht. Die Maske muss dicht am Gesicht liegen. Nase und Mund müssen bedeckt sein, am besten bis unter das Kinn ziehen und dann die untendren Bänder am Nacken zusammenknoten. Wir berühren mit unseren Händen den ganzen Tag Dinge wie die Türklinke und deshalb sollen wir die Maske nicht anfassen. Wir infizieren sie sonst eventuell mit Viren, die wir dann einatmen würden. Sobald wir im Freien sind und keine Menschen mehr in direkter Umgebung sind, gibt es zwei Möglichkeiten die Maske zu tragen. Alle Bänder bleiben verknotet und wir ziehen die Maske einfach herunter, sodass sie am Hals sitzt. Oder wir verknoten die oberen Bändel und klappen die Maske nach vorne. Wenn die Maske durchfeuchtet ist, dann die Maske wechseln. Und auch das Masken absetzen will gelernt sein, die Bänder aufknoten und die Maske von hinten nach vorne vom Gesicht nehmen, da falls wir infiziert sind, sich Viren in Maske befinden können. Wenn wir sie nicht direkt in unsere gebrauchte Wäsche werfen können, lagern wir die Maske in einer verschließbaren Plastiktüte, am besten mit Gebraucht kennzeichnen. Und dann, na klar, Hände waschen. Und nun zum Waschen. Zum Reinigen und Desinfizieren lassen wir die Masken im Kochtopf mit Wasser mindestens fünf Minuten köcheln. Oder wir waschen die Masken in einem Wäschesack bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine mit unseren Handtüchern und der Unterwäsche. Natürlich das Waschmittel bitte nicht vergessen. Und wir verwenden die Masken erst wieder, wenn sie vollständig getrocknet sind. Und auch trotz des Tragens einer Maske gelten die gängigen Hygienemaßnahmen. Hände gründlich waschen, in den Ellenbogen niesen und Abstand halten. Und wenn ihr eine Einwegmaske verwendet, denkt daran, diese nach dem Gebrauch sofort in den Müll zu werfen. Gebrauch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020